Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games, mit dabei ist hier der I'm Artist Und heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Thema am Start, nämlich fühle ich, nämlich fühle ich mich richtig aggressiv Oh Gott, wieso rob ich das Stein? Mann! Was ist das für ein Pech? Und hier sind wir auch schon wieder Nämlich habe ich heute für euch eine tolle Aktion am Start Also, ich habe noch unten in meinem Keller eine tolle Windows-Tastatur Und, ja, die will ich jetzt nicht verlosen oder sowas Die will ich zerstören, aggressiv auf der Straße Oh mein Gott! Nebelstück, ich fick deine Mutter, du Mistge... Ja, ihr habt schon richtig gehört Ich will eine Tastatur zerstören mit einem guten Kumpel Und da würde ich mich wirklich freuen auf jede einzelne Unterstützung Ob es ein Kommentar ist Shadow zerstör die Tastatur Oder ob es ein Like ist oder irgendwas anderes Juckt mich ehrlich gesagt nicht Like das Video, du Hurensohn Alles klar, da ist einer Den werden wir vermutlich nicht töten Oder vielleicht doch Doch, heute Heute Haben sich die Sachen gewendet Heute werde ich hier der PvP Pro sein Man! Ja, und hier sind wir auch schon wieder Meine Mutter ist gerade reingekommen Wir haben gerade 22 Uhr Und Ich muss ein bisschen ruhiger sein Ich würde einfach mal sagen Nach der Runde ist auch Feierabend YouTube ist echt ein anstrengendes Ding Vor allem, wenn man irgendwie ausrasten muss Ne Artis, ich pack das nicht mehr Oh nein Kennst du das, wenn man irgendwie richtig am Limit ist Und Hast du irgendwie ein Schwert Ich hasse die Map Ja, wirst du, wirst du Ich renne gerade weg Oh Gott, nein Basti Stock Fick dich, du Hurensohn Like das Video, du Hurensohn